So, jetzt sind wir am Gläutertrottich und ich habe heute das erste Mal den Spaß hier reinsteigen zu dürfen, um die Elektrik dieser Menülampe zu überprüfen. So lässt sich halt ein bisschen schlechter arbeiten im Dunkel. Man sieht ja nichts, ob das Glatt mit Gläutern oder nicht. Also jetzt glättere ich mal da rein und schauen mal, wie es ist, wie ich hier überhaupt reinkomme. So, jetzt ganz viel. Ich gehe jetzt mal wieder rein und nehme diese Erb-Listen. So, jetzt ihn bitte um euch. So, jetzt bitte um euch. So, jetzt ist es ein Neu-Weltertrottich. So, jetzt gibt es ein Neu-Weltertrottich und der Böden von Leere. Musik 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 We'll get the lights back off.